Was spiele ich denn? Kannst ja diesen Apo-Dingsbombs nehmen. Gucken ob du die Bonus-Dinger kriegst. Ja. Lieber eine Kali. Ist der eine Typ wirklich pflanzliches Fett? Ja. Ja Andreas Schnitzel-Elite. Was sind denn das heute für Leute? Das kann mir nur wieder ganz großes Kino werden. Ich glaube, die hatte ja so Kontrakt. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Und meine Leidenschaft. Und meine Beard. Ich werde das für mich helfen. Ich werde das für mich helfen. Ich war sie aber ab. Für den Ravanna gibt es einen relativ coolen Boxer-Skin. Für den Ravanna gibt es einen relativ coolen Boxer-Skin. Ich habe hier irgendwas hässliches hinter mir. So ein Merkur. Was ist das für ein Ding? Wie heißt denn der? Kronos, den fandst du doch aus der Tal. Ich wollte das mal ausprobieren. Ja, ich wollte das mal ausprobieren. Komm viel braucht er nicht mehr Kann ich jagen Der andere Du hast geflagged einen Inhalen O Double kill Boom shakalaka Etwas Kippe Anwes 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 Kippe 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 Ja Gut Agni Oh, das war ich mal in Coven Was war das denn für eine dumme Idee? Hahaha, er hat mich voll in die Wolke gechargt. Kann er mir danach rennen, so ein Depp. Was war das? Woh! Firing point. Woh! Pingenier! An ally! So langsam Agni, so langsam So 피해 We'll be right back So An enemy It user Das war's für heute. Rampage Zwei Unstoppable Muss ich halt auch die 13 voll machen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war scheiße 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 Das war scheiße, 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 das war scheiße, das war scheiße, das war toast, äh, das war scheiße, das war tahe, das war scheiße, das war되 Ich hab acho Was ist das denn für ein riesen Viech, echt? Du musst was tun, das ist der Vagabama Ja, wenn der aber groß ist, kann ich was nichts gegen ihn machen Busch doch Das ist bestimmt, ich geht der mir sowas von auf, Sack Boah Was ist das denn? Ich bin übrigens auch auf mein Schild schießen Ja Ich bin übrigens auch auf mein Schild schießen Ich bin übrigens auch auf mein Schild Und jetztbild Sooo ist es nicht so lustig. Ist hier viel zu sehr für diese Chang Yee erhalten. Ich hätte auch mal einen Kill brauchen können, aber so ist es ja nicht. Er hat nicht so Angst, aber es ist so gut. Auch die Kräfte, die die Kräfte sind. Ich welche damit. Ich bin so schlecht. Es habe andere Auswärtige Pläte nur die Kräfte. Ich habe eine Brüse und solche Kräfte, die ich nicht ansprechen. Sie ist schließlich eine Kräfte aus der Geschichte. Um das war es nicht, hat man ihn zu sein ist. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich wollte zu kotzen Wir hatten es gesagt Oh, schneller! Schlittschuh girl! Ich kann mir mal sogar mit Bonus holy crap ich komme ja nicht mehr aus meinem ulti raus ich habe auch noch mal ein ulti auf alle 5 gegner gleichzeitig gehauen ist doch ganz ausgeglichen 27.000 ich 24.000 25.000 player der mensch die anderen kannst du vergessen wie gesagt ich musste wegen dieser chancen futze öfters mal sterben weil ich deren arsch gerettet habe weil ich einfach nicht zugucken kann wenn jemand stirbt ich glaube ich gehe jetzt mal ein bisschen shoppen oder ein bisschen rauchen ich will kurz gucken was ich hier für skins kaufen kann oder so onion skins ich habe noch 19.433 was ist das denn für einer ragnarok force x das ist ein tor der sieht überhaupt nicht aus wie der tor ragnarok force x ist eine skin für ein tor sieht aus wie optimus prime ja am anfang sieht er aus wie ein ganz normaler mensch wie so ein hippie und dann kommt die rüste ja der hat auch ein heavy metal skin der hat auch ein hammer mit auspuff so ein bisschen aus wie bei brutal legend ich weiß gar nicht für welchen hält ich mir überhaupt irgendwas kaufen soll ach scheiß drauf lass mal raus ich habe nicht genug personal honor wirst du dass du mit personal honor auch kästen aufmachen kannst personal honor sammelst du dann wenn du im clan spielst ach so habe ich ja nicht ja join einfach unserem clan so weiß ich nicht ob ich das will ja du kriegst dadurch punkte die du in kisten tauschen kannst ja bestimmte sachen kriegst du auch nur wenn du in einem clan bist das ist mir egal was du für einen raussuchst hauptsache der hat ein hohes level hat navi nicht oder so doch bestimmt einfach so join ähm unserer ist german spaßverein der wurde mir empfohlen wenn du auf dingsbums gehst du kannst aber auch oben einfach suchen äh du musst äh den haken raus machen bei recommended only kannst reingehen bei search dann machst du einfach spaß und dann siehst du GRSV spaßverein ja da kannst du einfach joinen ist halt wichtig dass viele drin sind weil es gibt dann immer so wochendinger ähm solche quests dann siehst du okay also wenn unser clan diese woche 70 matches äh in der party von drei oder mehr spielt dann wird das freigeschalten auch die sklaven gleichgestellt ich wollte gerade sagen hier im game oder die echten ja die echten das geile ist anscheinend haben die sogar an an den tagen an den festtagen zeitweise die rollen getauscht okay das heißt die sklaven waren dann praktisch die herren und umgekehrt guck das gute ist wenn du mit uns in also wenn du mit also in unseren clan reingehst ähm wenn es eine party von zwei ist die im gleichen clan sind dann kriegen wir 1,5 mal die honor points und wenn wir schon drei sind kriegen wir zweimal honor points ja ja da muss ich wohl join ist halt praktisch weil der matz ja auch drin ist ja das heißt wenn wir zu dritt spielen kriegen wir schon die doppelten honor points ja imnächst äh ja ich bin mal schnell auf die rauf ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, aber jetzt hier dran. Das war's. 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 Käfer muss heim. Käfer hat vergessen, dass er Kartoffeln auf dem Herd hat. Käfer hat nämlich kein Mana. Aber wie ich denn nicht fliegen kann? Ich bin Tiger! Hier haben wir uns. Das war's. Ich habe drei oder vier Ultis an mir verbraucht, weil ich mich selber immun gemacht habe zum sterben. Das war's. 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 ZEIGS DEN BÖSEN MENSCHEN! Ist leider weg. Aber die haben den Käfer getreten! Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sagen wir es mal so, da sind violette Flecken drauf Du bist sicher, dass du kein Aids hast? Ja Sicher, sicher Ja Ruf lieber mal alle an, mit denen du in den letzten drei Jahren sexuellen Kontakt gepflegt hast Sind ja da nur zwei Alle linke und rechte Hand Ich weiß nicht, ich bin morgen wieder beim Arzt, eigentlich sollte ich nur nachfragen aber die muss sich das unbedingt anschauen Mach mal Fotos, nicht dass es morgen weg ist Ich habe schon fotografiert Ich kann sie auch schicken Nein, nein, nein Glaubst du Was sagt der Hendrik? Er hat Meinungsverschiedenheiten mit seinem Rechner Er hat per Whatsapp geschrieben Okay Ich habe gerade eine Nachricht von dir gekriegt und ich mache die jetzt nicht auf Ich habe okay geschrieben zu ihm per Whatsapp Kein Bild Das sagst du so Wird dir das nicht angezeigt, was gesendet wurde? Ne, ich kriege immer nur wie viele Nachrichten Ah Dann hat Windows Phone sogar mal was Gutes Ich kann es nämlich Wenn man von oben nämlich so eine Leiste runterziehen dann sehe ich dann nämlich Ja, könnte ich auch Ich bin aber gerade am Fußball gucken Achso Habt du ein Bild oder ein Video oder sonst irgendwas Ja, dann wird mir der Text Also der Inhalt auch angezeigt Aber ich gucke ja gerade Augsburg doch Und Ah, wie viel steht es da? 0-0 Ja, noch die zwei Spiele Bayern haben Darmstadt Besiegt die Schweine 1-0 Hast du das Tor gesehen? Ne, aber ich hasse Darmstadt Also ich mag Darmstadt Deshalb Das waren 40 Meter Volley-Schuss in den Winkel Also Wenn man sich das so anguckt Was Darmstadt hat Und was Bayern hat Haben die das extrem Gut gemacht Was jetzt Vielen, dass die aus München nach Hause fahren Mit einem 1-0 Oder halt 0-1 in dem Fall Gut scarcity Und G webinars Dann machen wir halt noch eins. Hast du es mitgekriegt mit dem Derby Frankfurt Darmstadt? Nein. Haben wir zu kleineren Ausschreitungen? Achso, das ist ja normal bei Derbys. Einer von den Frankfurt Darmstadt hat ein Schild aufgehängt mit, die Linienjagd ist eröffnet und so. Das war wohl scheinbar nicht mehr so lustig. Das gibt es überall. Das letzte Saison sind Bayern-Fans auf dem Rückweg von einem Auswärtsspiel über Nürnberg gefahren und sind am Hauptbahnhof ausgestiegen. Und haben sich dann mit Nürnberg-Fans kurz geprügelt und sind dann weiter nach München. Kölner Fans haben auch schon mal auf den Leverkusen Teambus geschossen. Das darf man nicht zu eng sehen. Es scheint so, dass der jetzt vor Gericht steht. Ja. Ja. So Aussagen haben sie nicht gern. Was ist das? Hercules? Zehn Millionen? Was ist das? Ja. Ach so, der Herr Bacchus. Ich bin meiner Sponsor. Ich bin meiner Sponsor. und ich bin meiner Sponsor. Der wird nicht getrunken. Komm her ihr besoffen ja Haue-Samm. Ist das eigentlich ne Keule oder ist das ne Keule? Das ist ne Stück von Eis. Na ja, also noch ne Keule. Ich kann die trotzdem gleich mal keulen du. Komm her ihr Echse. Ich kann mir ein bisschen vorstellen wie Gummibärn, hüpfen hier und da und eben. Boinkie boinkie. Ich glaube das hat genug, ich habe ihn angerübscht. Das ist hier der und ihre Steuerung invertiert. Das ist so krass, das Ding. Ja, ich möchte. Ja, macht er gerade nulti auf mich? Das ist nie net! Jetzt passt es dir, Creeping Curse. Oh oh. Komma! Du stirbst. Ja. Der hat nen dicken Stein an mir geworfen. Gerollt. Warum kann den Link einer verfolgen hier? Ja. Ey, der hat meinen Röpser unterbrochen. So ein Schwein. Ist voll der Killstealer, darf ich das mal sagen? Nein. Ich habe die eine gerade in ihrer eigenen Base gesnipet. Ja. Ey, der hat mir gerade endlich das Gesicht gegeben, als ich ihn anrübsen wollte. Wie unhöflich. Ja. Wie unhöflich. Und sie gehen so schnell hin. Weg. 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 jetzt macht sie platt na, jetzt hab ich kein Wanner dafür hehehehehe wie das denn? das war die Nate warum macht die das? wenn sie einen Uchi hat wie ich ich dachte gerade das wäre von uns die Nate, aber jetzt habe ich es gerafft fach fach da haben sie Probleme mit dem wegrennen ich brauch mana wenn meinst du mit kleiner Mann hier steht übrigens 1 zu 0 steht übrigens 1 zu 0 für Augsburg ja klar was? nein natürlich nicht Augsburg ist kacke egal wie schön sie alle angeheitert sind wirst du den großen Bogen überhaupt bedienen kleines? ja glaub er auf w w w w w w Was ist das? Keine Mana, ich brauche Mana Ich habe irgendwie Auto Buy und Autoding drin gehabt Das ist ziemlich gay Mich das hier auch so kümmert mein Freund Der Tor ist so doof Egal, alles tot Ah, zu langsam Da war ich zu langsam mit dem weghüpfen Die Ische auf dem Jaguar oder Puma sieht ja nice aus hier Die Krittet ganz schön Aber einstecken kann sie nichts Da muss ich mal der Bapapachus wieder einmischen hier Die Krittet für fast 400 2-0 Oh, jetzt aber für Augsburg Nein Mathematisch muss ich mir dann noch erklären wie das geht Ach das Hier ein bisschen, da ein bisschen Hahahaha Hat sie gedacht, können sie hier meine Freundin verfolgen Ja, aber die habe ich angebimst Was sollte ich nicht reinstehen Was sollte ich nicht reinstehen Gummibären Gummibären Hüpfen hier und da und überall Sie sind für dich da wenn du sie brauchst Das sind die Bacchusbären Jetzt kommt doch her Ja also so die böse sollte schakalaka immer nach hause ich muss nämlich pinkeln guck wenn ich mich da hinsch da und geht mal mal pinkeln und dann Ich muss das Stimmen ja auch klauen, ne? Ja, hab ich dir nicht geklaut. Oh, die sind auch plötzlich zu dritt. Du, absichtlich gemacht. Was, die, die entkommen, kannst du gerne umbringen, aber die, die ich in meinem Rülpser drin hab, die nichts tun können. Nur bei dir ist es immer der Kill in der Hand anstatt der Kill auf dem Dach. Und hier, die die Hürden auf dem Dach. Also zieht sich auch schon an einem Bauern, wie auf Karl Leib sind zehn Jahre alt und Miller. rock After Thest Es gibt da folge und glaube ich, diesen Spum sind alles unterteilt, ohne Mite, ¿asianam sag, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, du sagst schon auch immer. Bis gleich. 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 es könnte noch viel mehr geben könnte es auch sein lassen du möchtest doch an einem leben teil haben morgen muss ich gucken dass ich meine football aufstellung auf die reihe krieg ja platz 4 gegen hyper ich gewinne gegen hyper du verlierst gegen den anderen und mache ich den easy fertig und habe gewonnen da war es ja recht dass ich dich noch so abgezogen habe im letzten spiel booyakasha ja ja ich habe es gesagt wie es ausgeht ich habe es gesagt da muss man ganz sauberer sein ich sollte nachher auch noch schnell aufstellen und checken und alles prüfen morgen reicht das eh morgen gegen wen spiele ich gegen den daniel oder dive master dive master der mit 50 punkten gewonnen hat gegen den gewinnst du so oder so der mit 50 punkten gewonnen hat gegen den die 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 Ich spiele... Oh, Bats. Oh, Bats, nehme ich. Ich bin ein geflügelter Affe, wie bei... Dorothy im Wunderland. Nein, wie war das? Alice und die gelbe Bernsteinstraße. Was? Dorothy im Wunderland und Alice und die gelbe Bernsteinstraße. Ja, ist klar. Weiß doch, dass das mit der gelbe Bernsteinstraße war Dorothy und Alice war die mit dem Wunderland. Ja. Rama, oh Gott. Rama. Ja, und du, du Hundbats. Hört sich an wie eine Beleidigung. Yes. Ich lasse den Affen raus. Ich drehe mich schon mal zu ihm hin. Blö, wie geil, der tanzte Cupid. D-d-d-d-d-d-d. Cupid ist auch der Pro-Liga-Russe. Was glaubst du? Ich glaube, die einzige, die es bei uns drauf hat, ist die Artemis. Ja, und Rama. Rama ist ganz komisch zu spielen. Ah, ich hab schon wieder fucking Autobuy drin gelassen. Erinnere mich mal dran, dass ich das rausnehme. Was ist das denn? Was machen die denn? Die spielen hier ein bisschen aggro. Was ist einer noch? Ja, ich hab keine Ahnung mehr. Ja, ich hab keine Ahnung mehr. Ja, wir sollten alle zurück. Sie dachten, die mein Affe schreit, wenn er zurück in die Base kommt. Oh, Bananas! Der Affe spielt sich ja lustig. Der macht ne Arschbombe. Ah, der Ra. Ah, was hat denn die Rama für ne... Daumen mal, Launches hinter die R und Butter. Ist der Rama. König Rama. Ist es? Aus dem Brush-Warnama. Das ist nämlich ne Margarine. Nein. Ich hab keine Ahnung, was mein Ulti macht. Ich hab immer noch keine Ahnung, was mein Ulti macht. Haha. Haha. Why leave? Ja. Die sind doch im gleichen Clan. Das waren doch die zwei Russen. Die dachten, die so... Ja, wie nicht die zwei Russen? Nee, die haben die zwei Russen. Die dachten, die wären so... So pro. Ja. 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 Gib dem Affen Zucker, heißt er nur. Nohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Dann sagt ihm der Out of Manor Seht mich an ich bin ein Affe Boah da, soll die einfach ploppen oder was? Mach mein Ulti Immer der Cupid Und der ist so süß, der nervt ist Mach sie mich durch, ich bin ein Affe Jetzt sprengst du hier denn so rum? So nicht, ich bin ein Affe Oh, wir müssen rennen, Affe muss rennen Ich hab 10 Assists, das kann doch gar nicht angehen hier Willkommen in meiner Welt Oh, Cupid hat Probleme Ja, ich würde Also jetzt finde ich den Cupid nicht mehr toll Aber jetzt stirbt so süß AHAAAA Der hat ihm das Leben gerettet geiler affenmuth die affen rennen durch den wald der eine macht den anderen kalt die ganze affenbundepritz wo ist der ozlutz wo ist der ozlutz er hat den ozlutz geklaut ich mache grundsätzlich so viel schaden an gegnern das dass der ozlutz nur noch rein hüpfen muss ja weil das das genau einer von hinten kommt und dann noch einen pfeil braucht oder einen autotik perfekt getimed meinerseits alter das war meine ich mag den affen also ich muss sagen klar ich bevorzuge putter aber rama ist nicht schlecht cupid könntest du mal stehen bleiben hat von euch noch keiner hier lasst den abnüpfen gut alles zurück überhaupt das gegenteil 1 muss sagen entweder haben die gegner ist im moment gerade gar nicht drauf oder das ist bei den fehlen zwei ja gut ist egal macht trotzdem spaß der will mich töten der will den affen töten der war ja die bei star trek der mich hat zeit voll verschickt als ich geguckt habe wer der rischer für star wars ist jj abrams was macht der noch star trek ja und man kann nur viel bei aber wir haben doch nicht beide flüssig und dann sagt obi-wan genobi zu kirk wir müssen die vulkania retten ja der reporter macht ja auch die nächsten ja entweder kann man im neuen jahr gucken ob bei denen ins kino gehen oder dann der hateful 8 dann gut 332 ja die haben surrendered Der Affe macht Spaß. Er spielt sich so lustig schnell. Ich möchte es ja eigentlich nicht verhexen, aber... Ach, ich sag's nicht. Wir haben heute nur gewonnen. Wir haben 8 in Folge mittlerweile. Wup wup! Und bitte noch eins, damit wir auch verlieren können. Na ja, haben wir es ja gejinxt. Ich glaube, dass der Hendrik eh nicht mehr kommt von der Herr. Komm, wir auch weitermachen. Wo ist mein Affe? Oh, sei dir schnell. Uh, ist ein schöner Skin für den Kuglokan. Wenn ihr noch Gems habt, dann kann ich mir einen Space Monkey kaufen. Hier den Herkules gibt es ein mexikanisches Wrestler-Outfit. Okay. Ich hab grad ein Bild von Wiederherstellen geschickt. Wiener, 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 Wiener. Wiener, 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 Wiener. Nennen, Nennen, Nennen. Kommenst du bei mir mit oder gehst du zu einem Hades und einen Kuglokan? Ich komme zu dir. Da musst du dich nur nochmal Steroide spritzen, damit du das Ding überhaupt tragen kannst. Das ist eine Eiswaffe. Das ist auch... sehr gut proportioniert. Was versuchst du damit eigentlich zu kompensieren? Alles? Mein Affe hat hier einen völlig ausreichenden Schlagstöck. Der Typ nimmt Steroide, der muss nicht einen Penis haben. Und Eichelhoden. Eichelhoden? Ja. Also die Größe. Das andere würde auch ziemlich weh tun. Das war mein Affenfreund, den ich rufen kann. Er hüpft dann von Target zu Target und macht ordentlich Damage. Nicht schlafen. Was ist das denn? Sieht aus wie auf einer Rave. Das ist der Wirbel vom Ding. Okay, Hercules ist kack. Oh, das ist ganz nett. Super, wir hatten jetzt hier das Ding geworfen. Schießt nach mir. Mit dem Ding meinte ich dieses Stein. Da wird Steine geschmissen und das kannst nur Du sein. Oh Gott, dem fehlt doch die Kraft dazu. Nein, das warst Du. Ich schmeiß mit ja nichts. Jünger. Das kannst Du nicht beweisen. Doch, da sonst gar kein anderer Held auf dem Server ist, der das kann. So macht das Vater Hercules. Ich finde meine Double Killer. 2 Wann? Wann? 3 3 2 3 3 4 4 8 5 4 5 5 3 Hallo Fahrerblösung Meiner schreit die ganze Zeit This will even scare Shevolver Wer auch immer Shevolver ist Und hoffentlich ist es eine Ski die den Vulver hat ansonsten Das ist ziemlich Crazy Shit Ich hab mich umgebracht Keiner von euch war da Ja Ich steh doch alle hinten Ich geh mal nach Hause Also So ne kacke Jungs Ey Ich machs nur da ganz hinten Du Pussy Also ich bin gerade wieder erst vorgelaufen Ich auch Ich kam gerade auch aus der Base Aber ich stand mittendrin Dann ganz alleine Neh Was rennt jeder die her Und Das war Ich bin Ich bin Und Ich bin Und Ich bin Und Ich bin gesehen von dir du kannst keine kills machen aber der hades und der klu 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 lulu ALDER bin ich 20 minuten am boden gefesselt und dann wie kann er den skin haben wenn er nicht weiß was er mit dem viel machen muss aber setzt er den dann nebenan der einfach nicht fragen dieses gemütet sein du musst es ja unbedingt sagen du hast es gesagt nicht aussprechen du bist schuld und macht er und wer macht hier roma entwickler schreitet mal jemand was ist die bei uns bin ich ja mal in nagel späne ist voran in den haufen westen geübt die belohner kann auch so gar nichts ist so schlimm das gleiche natürlich wieder keiner da ich versuche gerade dass die vier nicht bei uns in die basis reinlaufen aber die anderen dann tatsächlich mal neben mir stehe es auch nicht was mit einem scheiß stein getroffen ich habe irgendeinen köter drunter zerquetscht achte der köter kommt gleich wieder hab ihn mal weg genuket irgendwas hat mich im mund das ist der köter auch scheiße ich habe irgendwas geöffnet spuckt den Affen aus öservaldi spuckt den Affen aus bin der einzige mit einer positiven kill der fraktion außer Belona die ist noch nie gestorben die hat auch noch nie getötet ja ist immer noch positiv wenn man 0 durch 0 teilt eigentlich nicht ist eigentlich keine nummer weil durch 0 kann man nicht teilen ja das war die falle geht auch das ist nett dass ich nicht kann das ist nur dass ich nicht will ich retrete doch lass mich doch mal durch her ich bin Affe also sehe mich durch ich bin Affe ja ist das nicht im Flugzeug ist ja ein Affe an Bord wir brauchen einen Affen ach das war Arzt er fängt auch mit A an ja aber ist er doch wie geiler mein gott er hat einen allergischen Schock ist hier ein Affe anwesend hu 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 ja 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 du streich wir suchen nochmal den Affen zu töten guckst du dir an ja deshalb muss ich sie nach hause chargen jetzt wollen sie mich töten aber sie hat kein Ulti mehr weil sie hat den Affen in den Popo getroffen dass er nicht alles getan ist ey ey der wird so ernst der ist so ernst dieser Scheiß Affe nein der Herkules Der Herr Kulass muß der Herr Kulass muss sich vorbereitet ouch W oh der raster buch zerraster bis die übrigens den den witzstock als erstes töten ist ja schon klar ne der zieht uns immer alle auf den punkten dann sind wir dort versuche ich den als erstes anzuhüpfen ich weiß nicht wenn ich nicht gerade das maul zugemacht hätte alter wir verlieren das wenn ihr so weitermacht mit drei punkten vorne vier fünf sechs sechs sieben punkte sind so voraus ja wenn wir aber den den fucking witchdoktor nicht töten verlieren wir jedes duell ja ich bin auch tut das war keine gute idee das macht noch der drache jetzt sagt er herrlich und durch die alle gemacht haben da hat es steht halt drinnen die sich alle zurück in die basis es ist alle umgedreht und alle sind mit so ungefähr 100 health jeweils sind in die basis gelaufen hier guck dir mal die alte jahren noch gar nix die steht da das war so ein perfektes ulti ihr seht schon dass er die leichen auf dem boden legt wenn du zwischen mehr als zwei entsteht bist du tot wenn du die zündest raffen die anderen aber nett guck genau diese leichen so zum katzen also schläger bestürmer also schläger bestürmer so ein gutes initiierten und was macht der drache er steht an unserer basis drache ist so scheiße unglaublich so 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 ich habe keine Ahnung was der Affe da macht wir verlieren ganz knapp euch wir verlieren wir verlieren ich sag's doch ist da Ah, dieses Festhalten ist doch zum Kotzen. Nicht zurück, jetzt müssen wir vorwärts. Das scheiß Schamane. Nicht sagen, dass wir wegen dem Schamanen verlieren, aber wir verlieren wegen dem Schamanen. Jetzt kommen wir wieder Steinschmeistern. 6 Retreat, 9 verloren. Das ist es, folks. Unsere Siegesserie. Ich kann dir sagen, was es uns gekostet hat, dass man den fucking Bitch-Doktor nicht als erstes genommen hat. Kann man eigentlich so blöd sein? Ja. 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 Ja.